Heute bauen wir einen richtig coolen Passwort-Generator mit Cedric von The Morpheus Tutorials. Und ja, ihr könnt das Passwort hier kopieren, ihr könnt hier andere Sonderzeichen hinzufügen, Buchstaben hinzufügen, die Länge eures Passworts bearbeiten und das Ganze hat einen richtig netten Animationseffekt. Und ja, wir werden uns heute mal den Frontend bzw. den Design-Part davon angucken und das Ganze mal selber bauen. Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem doch etwas anderen, aber richtig coolen Video. Und zwar geht es in diesem Part darum, das Frontend zu diesem coolen Passwort-Generator zu bauen. Das Backend, wie gesagt, wird von Morpheus, also von Cedric, auf seinem Kanal gebaut. Das Video dazu ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Was nutzen wir für dieses Video? Wir nutzen hier eigentlich hauptsächlich JavaScript in ES6, wir nutzen CSS mit dem Pre-Processor Sass und wir nutzen natürlich HTML, weil irgendwas muss man ja auch stylen können. Grundsätzlich basiert das alles auf meiner Standard-Entwicklungsumgebung, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, genauso wie das gesamte Projekt. Das könnt ihr euch da ansehen, auch mit Cedrics-Part und wie gesagt, damit legen wir direkt los. Falls ihr Fragen zum Frontend-Part habt, weil bei dem anderen Part kann ich euch nicht wirklich helfen, dann kommt einfach auf den Discord-Server, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr einfach der Community-Join Fragen stellen, Fragen beantworten oder mit anderen diskutieren und über alle möglichen Themen. Grundsätzlich gehen wir jetzt aber direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So los geht's mit unserem eigentlichen Programmier-Part und hier seht ihr schon alles, was wir heute machen werden. Und zwar haben wir hier die drei Dateien, die wir hauptsächlich bearbeiten, nämlich einmal unsere Index.html, unsere Main.sass und hier unsere Main.js. Hier seht ihr auch schon, dass einiges da drin steht und wenn wir uns das Ganze hier in der Konsole mal ansehen, sehen wir, dass hier ein Passwort schon generiert wird und das passiert über die Passwort-Generator-Klasse, die Morpheus in seinem Tutorial erklärt. Die ist hier in dieser Datei gespeichert und dazu werde ich auch nicht wirklich was sagen. Was heißt, das Einzige, was wir jetzt schon haben, was in seinem Video auch ist, wir werden dieses Konstrukt hier bauen, sodass man über ein Formular genau diese Option steuern kann, dass man sagen kann, okay, ich möchte jetzt Numbers mit in dem Passwort haben oder Letters oder Locked Special Characters und natürlich die Länge. Was heißt, wir werden diese Config bauen, dafür brauchen wir ein Formular und wir werden natürlich das, was hier zurückkommt aus dieser Funktion GetPassword, werden wir so konstruieren, dass wir hier diese schöne Passwort-erzeugen-Box haben, die sich immer neu generiert und diese schöne Animation. Aber wie genau funktioniert das alles? Als erstes, hier ist meine Standard-Inwegsumgebung, wer damit noch nichts zu tun hatte, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, da erkläre ich das alles, wie das zusammen funktioniert und warum ich das so mache. Ansonsten haben wir, wie gesagt, diese drei Dateien. Das erste, was wir brauchen, ist ein bisschen HTML, dass wir überhaupt irgendwas zum Stylen haben. Und zwar das erste, was wir hier brauchen, ist, uns einfach erstmal eine Div-Box zu generieren mit der Klasse Wrapper. Warum hat es das jetzt abgekürzt? Wir machen hier eine Wrapper-Klasse, genau so möchte ich das. Und das nächste, was wir haben, wir haben hier eine weitere Div-Box mit der Klasse Password. Das wird später die Div-Box, irgendwie will er heute nicht das automatisiert vervollständigen, Das wird später unsere Div-Box, in der quasi diese ganzen kleinen Boxen hier sind mit den Buchstaben. Das werden wir in diese hier später einfügen mit JavaScript. Außerdem bekommt diese Box eine ID, sodass wir die später mit JavaScript einfach analysieren können, beziehungsweise definieren können. Das nächste, was wir haben, wir brauchen noch eine weitere Div-Box, und zwar Control-Box, beziehungsweise das hier ist die ID. Und hier nennen wir das Ganze einfach Controls. Und hier kommt jetzt ein Formular rein. Was heißt, wir brauchen ja ein Formular, und das Ganze brauchen wir nicht, das ist Angular, sondern unser Formular braucht einfach nur eine ID, und die ID ist Controls. Und damit können wir später das Formular definieren und in JavaScript darauf zugreifen. Und jetzt brauchen wir einige Elemente. Und zwar bauen wir uns hier diese kleinen Toggle-Switches hier selbst. Wir nutzen dafür keine Library oder irgendwas, weil das relativ simpel ist. Und dafür sagen wir jetzt, okay, wir brauchen ein Label für zum Beispiel Letters. Außerdem braucht dieses Label-Element eine Klasse, nämlich Toggle. Und hier drin brauchen wir einmal einen Span. Das ist einfach ein HTML-Element, wo wir eine weitere Klasse vergeben, und zwar RoundButton. Und das wird später, also dieses Ban-Element für diese weiße kleine Kugel hier drin, die sich bewegt. Das wird später dieses Element. Aber wir brauchen ja noch irgendwas, was wir wirklich anklicken können. Und dafür bauen wir uns jetzt einen Input. Und das hat nicht den Type Text, sondern Checkbox, sodass man das anklicken kann. Und das ist halt immer checkt oder nicht checkt sein kann. Außerdem brauchen wir einen Namen. In unserem Fall heißt das Letters, weil ja auch unser Label-Element Letters heißt. Wir brauchen eine ID, die heißt ebenfalls Letters. Und wir brauchen zusätzlich noch ein Value. Und das heißt ebenfalls Letters. Außerdem ist dieses, also Letters-Buchstaben ist standardmäßig auf True. Was heißt, es soll standardmäßig angeklickt sein. Und man braucht natürlich noch irgendeinen Text. In unserem Fall sagen wir Buchstaben und speichern das Ganze ab. Wenn wir das getan haben, sehen wir hier in der Mitte eine kleine Checkbox. Hier müsste auch irgendwo Buchstaben stehen, hier vorne. Aber es ist halt gerade noch nicht wirklich sichtbar. Dieses Feld brauchen wir jetzt natürlich nicht einmal, sondern viermal. Und weil ich faul bin, gehe ich jetzt einfach in mein vorgefertigtes Skript und kopiere es mir dreimal hier rein. Und jetzt werden die einen sagen, was hast du denn jetzt da genau gemacht? Eigentlich habe ich hier nur noch genau dasselbe wie hier oben dupliziert. Nur halt mit Nummern und hier steht Numbers, 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 Numbers. Und das Ganze ist auch checked, weil auch das in unserem Preset standardmäßig auf True sein soll. Dasselbe gilt auch für Sonderzeichen. Allerdings für häufig gesperrte Sonderzeichen sieht das genauso aus. Nur, dass wir das nicht standardmäßig hier mit diesem checked Attribut haben. Das existiert hier nicht, weil wenn man die Demo sich mal ansieht, sieht man das standardmäßig, der hier unten nicht angeklickt ist. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Das nächste, was wir brauchen ist, wir haben hier unten noch so einen lustigen kleinen Slider. Den müssen wir natürlich auch irgendwie integrieren. Und das werden wir jetzt mal kurz machen, indem wir hier sagen, okay, wir brauchen ein neues Inputfeld, aber nicht Typ Text, sondern in unserem Fall Typ Range. Außerdem gibt es hier ein Min-Value, das ist in unserem Fall 8, also minimal soll das Passwort 8 lang sein. Und wir haben hier ein Max-Value von 60 und wir haben ein Standard-Value, also ich schreibe jetzt einfach Value von 45. Das hat den Grund, dass unser Standardwert einfach 45 ist, das wir definieren, wenn wir unser Skript starten. Ansonsten soll das hier auch einen Namen besitzen, und zwar in unserem Fall Lengs. Das heißt, dasselbe, das hier auch drin steht für Lengs. Und außerdem brauchen wir hier noch eine ID, weil das müssen wir auch irgendwie mit JavaScript später ansteuern können, und das schaffen wir nur so. Ansonsten brauchen wir hier noch ein weiteres Diff-Element mit der Klasse Lengs-Value. Und hier drin brauchen wir jetzt einen Span mit Länge, also einfach nur den Text Länge, wo wir später ja hier unten diese Länge 20, und wenn wir das hier beeinflussen, verändert sich die Zahl. Und das machen wir hier mit einem zweiten Span, allerdings bekommt der eine ID, und zwar Lengs-Value. Was heißt, damit können wir später mit JavaScript hier rein unsere Zahl schreiben. In unserem Fall schreibe ich hier jetzt erstmal 45 rein, weil das ja unser Preset ist, den auch unser Input-Range-Slider hat. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeiche, fehlt uns nur noch ein Element auf unserer Seite, das wir noch nicht haben, und zwar einen Button. Und dieser bekommt einen Type natürlich, und zwar Submit. Das heißt, das Formular soll abgeschickt werden, in unserem Fall mit Passwort Generator als Label. Ne, Passwort Generieren. Generieren. So, das nächste, was wir brauchen, wenn wir das alles fertig haben, speichern wir das und gucken mal an, was das jetzt für uns bedeutet. Hier sehen wir es schon, wunderbar funktioniert. Ansonsten, ja, fangen wir jetzt erstmal an, das Ganze ein bisschen optisch aufzubereiten, weil es sieht ja noch nicht wirklich so aus, wie es hier unten aussieht. Und wir haben hier auch noch keine Effekte, geschweige denn von dem, was hier kommt. Aber das kommt zum Schluss, sage ich mal. Sondern als erstes müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das hier alles erzeugen und bearbeiten können. So, das nächste, was wir brauchen hier in unserer Main Sass, müssen wir jetzt unser ganzes Styling vornehmen. Hier importiere ich, wie man hier oben sieht, eine Variable-Datei. Die ist hier mit Unterstrich Variable verlinkt. Dort drin definiere ich einmal die Farben als Variable in Sass. Und natürlich hier so ein bisschen Boilerplate-Code, den man in jedem Projekt braucht. Also, dass man irgendwie erstmal Flexbox definiert. Dass man die globale Schriftgröße und die globale Schrift definiert. Und hier unten natürlich das Verhalten von Box-Sizing. In unserem Fall nutzen wir hier Borderbox. Das ist alles meine Standard-Entwicklungsumgebung. Das könnt ihr dort alles nachlesen und verstehen. Ansonsten machen wir hier nämlich unseren Plain-Code hier rein. Und da müssen wir jetzt eine ganze Menge schreiben. Das heißt, wir haben wirklich eine ganze Menge CSS. Und da dieses Tutorial sonst den Rahmen ein bisschen sprengen würde, kopiere ich hier einiges rein. Und erkläre im Anschluss, was genau ich da gemacht habe. Und zwar habe ich hier einen Wrapper. Wir haben ja ganz am Anfang in unserer Index-HTML hier oben eine Div-Box-Namen mit der Klasse Wrapper definiert. Die stylen wir jetzt. Wir sagen also diese 100% hoch und weit. Wir wollen, dass sich alle Elemente untereinander hier drin anordnen. Das machen wir mit der Flex-Technologie und hier mit der Direction-Column, was heißt alles untereinander. Und wir wollen hier einen Rem-Solid-Border erzeugen. Das ist dieser blaue Rand, den ihr überall seht. Vielleicht das ganze Abspeicher sollte jetzt hier auch direkt dieser blaue Rand erzeugen. Und das ist schon alles, was wir hier brauchen. Das nächste ist, unser Passwort ignorieren wir erstmal. Dazu kommen wir später, sondern wir kümmern uns jetzt erstmal nur um Controls. Und Controls wird unser Formular. Hier brauchen wir also auch in unserer Klasse erstmal eine weitere Klasse. Und zwar wollen wir die Controls-Klasse ansprechen und sagen hier, das ganze Ding ist auch 100%. Ist ebenfalls Flexbox, allerdings Flex-Direction-Row und Padding-2-Rem. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, seht ihr, dass das alles von allen Seiten so ein bisschen weggerutscht ist. Und jetzt können wir unser Formular in unserem Controls ansprechen, weil wir haben hier unser Div-Element Controls und hier drin unser Form-Element. Und das wollen wir jetzt natürlich auch ein bisschen beeinflussen. Und deswegen schreibe ich hier jetzt Form. Das nächste, was wir hier brauchen, Form muss natürlich auch in irgendeiner Form gestylt werden. Und dafür brauchen wir jetzt einige Values. Das ist ein bisschen verrutscht. Das sollten wir mal direkt wieder richtig machen. Und zwar haben wir hier 100% Weite. Was heißt, wir wollen, dass unser Formular über die ganze Breite geht. Wir sagen maximale Weite 25 Rem, damit unser Slider hier nicht auf einmal komplett über die ganze Seite geht, sondern irgendwann halt endet und in der Ecke. Höhe 100% und Flex-Direction genauso wie hier oben Column, sodass alle unsere Elemente untereinander angeordnet werden. Wer ich das Ganze jetzt speichert, speichern, seht ihr, hier hat sich alles schon korrekt angeordnet. Und das Erste, was wir jetzt stylen, ist unser Button. Der ist nämlich am Klammern-Simpelsten. Wir machen hier einfach nur eine Hintergrundfarbe rein. Wir haben hier dann, in Klammern, abgerundete Ecken, eine andere Schriftfarbe und ein bisschen andere Optik. Aber da ist keine komplexe Logik hinter. Das heißt, wir definieren hier einfach nur unseren Button innerhalb unseres Formulars. Sagen Schriftfarbe ist jetzt dunkel. Wir haben keine Border. Border Radius ist ein Rem. Das sorgt für die abgerundeten Ecken. Wir sagen eine Mindest, also eine Weite. Wir sagen ein Padding, also der Innenabstand von der Schrift zur Kante des Buttons. Wir sorgen dafür, dass wir so einen anderen Mauszeiger haben, wenn wir über den Button drüber gehen. Dass wir diesen Klickzeiger quasi erzeugen. Und natürlich die Hintergrundfarbe des Buttons. Wenn ich das Ganze jetzt speichere und hier angucke, sehen wir, unser Button sieht jetzt so aus, wie es im fertigen Zustand aussieht. Und was wir jetzt noch machen können, ist, diese Länge hier unten anzuordnen, beziehungsweise unseren Range Slider anzupassen. Und dafür haben wir ja vorhin in unserem HTML-Part hier unten einiges definiert. Und zwar haben wir hier ein Div-Element mit der Klasse LengthValue und hier drinnen eine ID mit LengthValue. Und das können wir jetzt hier unten drunter auch stylen. Das heißt, wir haben hier unsere Klasse LengthValue. Wir wollen, dass da drin die Schrift weiß ist. Die Schrift soll 1,5 Rem groß sein. Wir haben hier ein Margin, also einen Außenabstand nach oben hin von 1 Rem und nach unten hin 3 Rem. Und hier haben wir unsere ID LengthValue und die wollen wir blau machen, sodass wie auch hier in unserem fertigen Ergebnis die Zahl hier hinten blau ist. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und hier anzeige, sehen wir hier, die Schrift sieht jetzt so aus, wie sie auch in unserem fertigen Zustand ausgeht. Das Ganze war jetzt nicht wirklich schwer, sage ich mal. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Was heißt nämlich, diesen Slider so aussehen zu lassen, wie er hier aussieht, ist nicht ganz so simpel, sage ich mal. So, um unseren Slider so aussehen zu lassen, wie er dort aussieht, müssen wir als erstes das Input-Element ansprechen und hier mit einem Type-Selector vorgehen und sagen, okay, alle Inputs mit dem Type-Range wollen wir stylen. Und als erstes definieren wir uns hier einfach mal einen Außenabstand, nämlich zwei Rem nach oben. Und wir definieren uns hier das WebKit Appearance None ist. Das bedeutet einfach nur, dass wir das Standardaussehen des Browsers auf 0 stellen und einfach der Einfachkeitshalber sage ich hier noch den Fokus-State mit Outline None, weil sonst würden wir, wie immer, wenn wir den Slider betätigen, so eine hässliche Linie bekommen. Ihr seht jetzt schon, der Slider hat sich ein bisschen verändert und wir müssen jetzt für zwei Browser das Ganze definieren, und zwar einmal für WebKit und für Mozilla. Das heißt, wir sagen einmal WebKit Slider Runable Track, das ist dieser weiße Hintergrundbereich, den wollen wir stylen und wir sagen zusätzlich hier noch den Slider Sump, das ist diese kleine blaue Kugel hier, die wir stylen wollen. Dann haben wir natürlich dasselbe auch noch einmal für Mozilla, nämlich einmal den Range Strum, das ist diese kleine Kugel, und natürlich hier oben auch den Runable Track. Den wollen wir jetzt auch hinzufügen. Die brauchen ziemlich alle ähnliche Attribute, was heißt, wir sagen hier, okay, das Ganze bekommt eine Hintergrundfarbe und eine Höhe, das Ganze bekommt auch eine Hintergrundfarbe und eine Höhe, und hier unten brauchen wir jetzt noch jede Menge weitere Elemente. Natürlich könnte man das jetzt auch mit einem Komma verschachteln, um das ein bisschen sauberer aussehen zu lassen, allerdings wollte ich das hier nur für dieses Tutorial verdeutlichen. Normalerweise müsste man das hier gar nicht einfügen, weil das sowieso über einen Compiler in unserem Fall später automatisiert hinzugefügt würde, aber damit das deutlich wird, dass man diesen Slider, dieses Element quasi für jeden Browser gezielt anpassen muss, wollte ich das hier einfach mal machen. Ansonsten wollen wir jetzt als erstes, weil wir hier in einem Webkit-Browser sind, das stylen für uns, und zwar einmal die Appearance von unserem Button definieren wir auch auf NAN, und jetzt verschwindet nämlich hier komplett diese kleine Kugel, und wir müssen die jetzt erstmal wieder definieren, und zwar mit zwei RAM in beide Richtungen, wenn wir das jetzt machen, jetzt als die unsichtbar, das heißt, wir fügen uns jetzt als erstes mal wieder eine Hintergrundfarbe ein, und zwar sagen wir Background Prime, speichern das Ganze ab, in dem Moment haben wir jetzt hier so ein hässliches Viereck, das wollen wir jetzt natürlich erstmal zentrieren, dafür sagen wir Margin minus Top und dann minus 0,5 RAM, weil wir hier zwei RAM groß sind, unser Track ist 1 RAM, das heißt, wenn wir über die Hälfte nach oben raus wollen, kommen wir auf minus 0,5 RAM, speichern das Ganze ab, jetzt ist unser Button wieder komplett zentriert auf unserem Track, wir wollen natürlich unseren Cursor ein bisschen anpassen, und zwar Grab, sodass, wenn ich jetzt hier mit der Maus drüber gehe, wir so eine Hand bekommen, das seht ihr jetzt leider nicht, weil mein Screen Recorder es irgendwie nicht schafft, das aufzunehmen, und natürlich wollen wir, dass das Ganze wieder eine Kugel wird, und das machen wir mit Border Radius 50%, und wenn ich das jetzt abspeichere, haben wir hier wieder eine Kugel. Das Ganze kopieren wir 1 zu 1, mehr oder weniger, und schreiben das hier unten nochmal hin, genauso, dass das halt für Mozilla ist. Wie gesagt, Mozilla WebKit, die Trennung wird automatisch mit dem Compiler vorgenommen, aber jetzt haben wir hier schon mal unseren Slider. Wir haben halt noch keine Funktionalität hier drin, aber unser Slider funktioniert jetzt immer. So, nach unserem Slider gibt es jetzt natürlich hier noch unsere Toggle-Boxen, die wir ja schon anklicken können, aber die sehen noch nicht wirklich so aus, wie wir das haben wollen, und da müssen wir jetzt eine ganze Menge stylen. Und zwar haben wir hier als erstes ja immer unsere Klasse Toggle. Wenn wir hier nochmal in unsere Index.html gehen, sehen wir ja hier, wir haben immer ein Label-Element, und das hat immer die Klasse Toggle. Das heißt, das ist unser Ausgangspunkt, von dem wir stylen wollen. Das nächste, was wir hier machen, wir sagen Margin. Dann nach oben 0, nach links, nach rechts 0, nach unten 2 Rem, und nach links. Was heißt, wir machen einfach ein bisschen Abstand. Jetzt seht ihr, die sind alle so ein bisschen auseinandergerutscht. Und wir sagen hier Padding, und zwar 0, 0, 0, 6 Rem. Das heißt, wir wollen einen Abstand nach links, einen Innenabstand nach links von 6 Rem. Das hat den Grund, dass quasi unsere Schrift hier immer bündig sein soll, und dieser Abstand, also diese Gesamtlänge unseres Buttons, also unseres Toggle-Buttons, mit dem Abstand zwischen dem Toggle-Button und der Schrift, sind 6 Rem, und wenn wir das jetzt abspeichern, dann sehen wir hier, dass zwischen unserer Schrift, die hier überall liegt, jetzt ein Abstand hier auf der Seite ist, der aber zu diesem Toggle-Button gehört. Das nächste, was wir machen, ist, wir sagen, da drin wollen wir später mit Position Relative arbeiten, indem wir nämlich alle Elemente da drin absolut positionieren, können wir die nämlich hier wunderbar auf unsere neu erzeugte leere Fläche, die wir ja mit diesem Padding erzeugt haben, hinschieben und da einfach lassen, ohne dass sie unsere Schrift beeinflusst. Als nächstes sagen wir, es handelt sich hierbei um ein Inline-Block. Das müssen wir machen, damit wir hier unsere Weite mit 100% vergeben können, und wir wollen jetzt hier unsere Schriftfarbe mit Weiß definieren, außerdem eine Schriftgröße, in unserem Fall sage ich einfach 1.6 Rem, und wir wollen hier einen Cursor, und zwar Pointer, und in dem Moment, wenn ich hier auf die Schrift klicke, seht ihr, wird hier unser Label oder unser Check-Button geklickt oder deklickt quasi, und das liegt daran, dass wir unser Label mit 4 an dieses Input-Element gebeindet haben. Das heißt, in dem Moment, wenn man auf unser Label klickt, klickt man automatisch auf unser Input-Element, und deswegen haben wir das Ganze hier auch mit Padding gemacht, sodass, wenn man später hier draufklickt, immer noch auf unser Input-Element klickt, und nicht mehr ins Leere, weil sonst würde das nicht funktionieren. Ihr seht aber hier, dass quasi das unten, wie geplant, nicht angemarkert ist, und das haben wir ja vorhin definiert, als wir hier kein Checked Value vergeben haben. So, das nächste ist, diese Checkbox hier hinten, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Die ist für uns komplett irrelevant, weil wir über den Klick auf unser Input-Button, hier auch in den leeren Bereich, einfach den Klick triggern können, und deswegen können wir jetzt hier unten sagen, okay, in unserem Toggle, also in unserem Label, alle Input-Elemente, die wir da drin haben, einfach komplett ignorieren. Wir sagen einfach Display None, weg damit, und jetzt verschwinden diese Elemente gänzlich, das heißt, die werden auch vom Browser nicht mehr gerendert. Da habt ihr auch gerade gesehen, dass alles ein bisschen zusammengerutscht ist, und hier können wir jetzt noch ein bisschen mehr definieren, und zwar sagen wir jetzt, und wenn unser Input-Element checked ist, dann wollen wir quasi das nächste Element unseres Input-Feldes, und das ist in unserem Feld immer dieses Ban mit Round-Button, das wollen wir jetzt ansprechen, und zwar machen wir das über diesen Plus-Operator, und sagen Punkt, Round-Button, und hier wollen wir jetzt etwas vergeben, und zwar Background-Color-Prime. Und das nächste, was wir hier unten haben, wir sagen, und wenn das Ganze checked ist, wollen wir nicht nur unseren Round-Button stylen, sondern wir wollen hier auch unseren Round-Button, und hier ein sogenanntes Pseudo-Element, nämlich before, wollen wir ebenfalls ein bisschen manipulieren, und sagen hier Transform, Translate, und sagen hier auf der Y-Achse 1.7 Rem, und 0 auf der X-Achse, und speichern das Ganze ab. Ihr seht jetzt natürlich noch gar nichts, das liegt daran, dass diese beiden Elemente, also unser Round-Button, unser Round-Button before, noch nicht wirklich existieren, die müssen wir jetzt erstmal erzeugen. Und zwar gehen wir hier unseren Round-Button, erstellen uns hier eine neue Klasse, die wir steilen können, und sagen hier als erstes Position, und hier Absolute. Und Absolute ist hier ganz wichtig, weil unser Round-Button orientiert sich jetzt an unserem Toggle, weil wir hier Position Relative vergeben haben. Wenn wir das hier oben nicht vergeben hätten, dann würde sich jetzt unser Round-Button an der nächsthöheren Klasse, wo irgendwann mit Position gestylt wird, oder halt an der oberen linken Ecke, also hier ganz oben im Browser orientieren, und das wollen wir natürlich nicht. Als nächstes sagen wir hier Top, Left, Bottom, und natürlich Right, alles auf 0. Wir sagen, wir haben eine Weite, nämlich 4 RAM, und wir haben eine Höhe von 2.2 RAM. Das Ganze können wir jetzt einfach mal abspeichern, und sehen jetzt hier dieses Element, und wenn ich hier draufklicke, und das wegklicke, seht ihr, dass sich die Farbe verändert. Und das haben wir jetzt über dieses Checked Element gemacht. Das heißt, wenn unser Input Value checked ist, dann wird unserem Round-Button eine Hintergrundfarbe zuteilen, und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir hier keine Hintergrundfarbe vergeben. Das wollen wir natürlich ändern, und zwar hat das standardmäßig unsere etwas hellere Hintergrundfarbe, jetzt seht ihr das nämlich hier, dass standardmäßig ein bisschen hellere Hintergrundfarbe da eingefügt ist, und wir sagen, standardmäßig handelt es sich bei unserem Round-Button um ein Block-Element, und wir wollen das Ganze jetzt animieren, und dafür fügen wir hier einfach Transition All, und dann 0,3 Sekunden hinzu, und damit, wenn ich hier draufdrücke, haben wir hier so einen kleinen Animationseffekt, und das geht nicht mehr von jetzt auf gleich sofort. Außerdem wollen wir Border-Radius, und wir wollen das Ganze mit einem Cursor-Pointer triggern, was heißt, in dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, und man mit der Maus hier drüber geht, kriegt man so ein Pointer-Element, und das Ganze ist jetzt auch so schön rund geworden, also nicht mehr so ganz so hässlich, viereckig. Und damit haben wir schon ein gar nicht so schlechtes Element. Wenn ich hier draufdrücke, seht ihr ja, funktioniert das genauso, nur uns fehlt noch diese kleine Kugel, die wir hier durch die Gegend schieben. Und das ist hier unser Round-Button Before. Was heißt, wir gehen jetzt hier rein und erzeugen uns hier drinnen ein Pseudo-Element, nämlich Before, und können jetzt hier in Abhängigkeit einfach, ah, was ist denn das? So, in Abhängigkeit wieder Position Absolut vergeben, was heißt, dieses Before-Element orientiert sich jetzt an seinem Parent Round-Button-Element, und sagen auch hier wieder eine Höhe und eine Breite. In unserem Fall sage ich hier einfach 1.4 Rem, also so groß wird unsere Kugel da drin. Außerdem haben wir hier eine Hintergrundfarbe, irgendwie zu sehen sein. Und damit ein Pseudo-Element überhaupt zu sehen sein kann, müssen wir hier sowieso Content leer eingeben. Wenn ich das Ganze jetzt mache, seht ihr, hier haben wir so kleine Vierecke jetzt erzeugt. Das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen, dass das Ganze, ja, schön aussieht. Und dafür müssen es Kugel sein. Und in dem Moment sagen wir Border-Radius 100%. Und jetzt haben wir kleine Kugeln. Das Ganze ist jetzt natürlich noch nicht richtig, ja, definiert, beziehungsweise sieht einfach noch nicht so wirklich richtig aus. Und dafür sagen wir jetzt, wir haben hier oben Position Absolute vergeben, sagen Left und Bottom einen kleinen Abstand, und zwar Left 0.5 Rem, Bottom 0.4 Rem. Und damit haben wir die genau definiert. Und ihr seht jetzt hier, die springen so hin und her. Das wollen wir natürlich nicht. Und zwar müssen wir das jetzt auch mit Transition All und auch hier 0.3 Sekunden machen. Und in dem Moment werden die hier animiert. Aber warum werden die jetzt plötzlich animiert? Wir haben die hier ja mit Left Bottom quasi auf dieser Position gestaltet. Und wenn die angeklickt sind, bekommen die hier oben über dieses Checked und hier Round Button Before ein Translate. Das heißt, wir animieren die mit der CSS Transform Klasse und setzen die hier auf 1.7 Rem. Und damit schieben wir die von hier quasi einfach 1 rüber. Und sobald die nicht mehr checked sind, gehen die wieder auf ihren Urstandszustand zurück und gehen quasi hier wieder auf Left 0.5 Rem. Damit haben wir jetzt hier das Ganze auch gestaltet wunderbar. Und jetzt können wir dazu übergehen, ein bisschen JavaScript zu bauen. So, und jetzt geht es mit dem eigentlich spannenden JavaScript Part. Und zwar haben wir hier schon einiges definiert, was Morpheus in seinem Tutorial ja schon gezeigt hat. Allerdings müssen wir jetzt als erstes neben unserer Klasse noch einige weitere globale Attribute beziehungsweise Variablen definieren. In unserem Fall als erstes Current Password. Das definieren wir jetzt als erstes und zwar einfach als leeren Array. Und später soll unsere Klasse, die wir hier ja über unser Element bekommen, soll unser Current Passwort werden. Das definieren wir. Das definieren wir später aber noch ein bisschen gezielt in einer Extra-Funktion, weil wir in dem Moment, wenn ein neues Passwort zugewiesen wird, das Ganze auch animieren müssen. Ansonsten haben wir jetzt auch einen weiteren Zustand, nämlich hier Clipboard State. Das ist standardmäßig False. Das ist einfach der Zustand, ob später das Ganze schon ins Clipboard kopiert wurde oder nicht. Und das ist wichtig, wenn wir jetzt hier reinklicken, wird aus Kopiert, Passwort kopiert. Beziehungsweise, wenn ich das nochmal aktualisiere, wird hier aus Kopieren, Passwort kopiert. Und das ist halt einfach wichtig, dass wir das später wunderbar zuweisen können. Dafür brauchen wir diese Variable. Außerdem brauchen wir insgesamt drei Container, die wir später ansteuern können. Und zwar einmal unseren Controlled Container. Da greifen wir hier über document.querySelector auf unsere ID Controls zu. Nochmal zum wieder in den Kopf rufen. Unsere ID Controls ist unser Formular, auf das wir da zugreifen wollen. Außerdem müssen wir später das Passwort irgendwo hingenerieren. Das wird unser Passwort Container. Das greifen wir über document.querySelector.passwort. Das wird hier unsere aktuell noch leere Diffbox. Da müssen wir das auch irgendwie drauf zugreifen können. Und immer, wenn sich unser Formvalue verändert, beziehungsweise unser Slider sich verändert, müssen wir den Length Container ansprechen. Das machen wir über die ID LengthValue, ebenfalls über document.querySelector. Und greifen hier unten bei unserem RangeSlider auf dieses Band Element zu, wo wir dann später die aktuelle Zahl reinschreiben. Sodass wir hier auch ein bisschen Interaktivität bekommen. Und natürlich brauchen wir hier unsere Passwort-Klasse, über die wir unser neu generiertes Passwort erhalten. Das Ganze ist jetzt gar nicht so viel Arbeit gewesen. Und wir brauchen aber noch zwei grundlegende Funktionen, die wir im Laufe dieses Tutorials verwenden werden. Und zwar einmal eine Funktion, die heißt getRandomCharacter. Character, so. Und hier, die erwartet keine Parameter. Und die gibt uns einfach nur eine ziemlich einfache Funktion zurück. Nämlich mit mass.random.toString. Hier sagen wir 16, weil wir nach Möglichkeit alle Strings haben wollen. Und suchen uns hier jetzt einfach ein Substring. Beziehungsweise müssen wir das so schreiben. Und sagen hier 2,1. Was heißt, diese Funktion erzeugt uns, wenn wir das uns mal auslesen lassen, jetzt einfach getRandomCharacter. Ups, das wollten wir nicht. Einmal so. Und das brauchen wir gerade mal nicht kommentieren. Was heißt, wir blenden uns jetzt mal eben die Konsole ein. In dem Moment halt 2. Und immer wenn ich neu lade, 5, b, a, 1, 6, c und so weiter. Ihr seht hier, das sind jede Menge Buchstaben. Warum brauchen wir diese Funktion später? Wenn wir hier ein neues Passwort generieren, seht ihr ja, dass hier die ganze Zeit so dieser Effekt ist, dass sich das zwischen ganz vielen Buchstaben so hin und her switcht und dann irgendwann einloggt. Und genau das macht unsere Funktion. Das heißt, die erzeugt uns nur einfach zufällig einen Buchstaben, den wir da später reinschreiben können. Außerdem brauchen wir für alle möglichen Funktionen unserer Animation später ein RandomNumberValue. Das heißt, wir brauchen hier Min, Max. Und diese Funktion ist die Standard-JavaScript-Funktion fürs Erzeugen einer minimalen, maximalen Nummer. Die kann man wunderbar überall im Internet nachlesen. Auf Stack Overflow sichert 40.000 Mal oder alle Leute, die hier regelmäßig meine Videos gucken, die haben diese Funktion sicher auch schon 30.000 Mal gesehen. Prinzipiell erzeugt uns diese einfach nur eine RandomNummer zwischen dem Min und Max Value, der übergeben wird. Und das ist alles, was die macht. Diese beiden Utility-Funktionen brauchen wir überall in der Anwendung später. Und jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Interaktivität dazu bringen. So, aber jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Interaktivität dazu bringen. Und dafür brauchen wir unser Control-Container-Element und sagen hier Add Event Listener. Und hier weisen wir quasi unser Event zweimal zu. Was heißt, wir sagen jetzt, wenn ein Event passiert, soll damit eine Funktion getriggert werden. Und wir haben hier einmal das Submit Event, was wir nutzen wollen. Aber wir haben nicht nur das Submit Event, sondern wir haben gleichzeitig auch ein Click Event, in dem Moment, wenn man nämlich, beziehungsweise ein Change Event, in dem Moment, wenn man irgendwas in unserem Control-Container, also wenn wir nochmal hier reingehen, in unserem Formular ändert, oder wenn man es submittet, dann soll etwas passieren. In unserem Fall starten wir dann hier ja ein Event. Das Problem ist, in dem Moment, wenn wir zum Beispiel ein Submit Event starten, wollen wir erstmal, dass alles, was standardmäßig im Browser passiert, ja, verhindern. Und das machen wir mit der Funktion PreventDefault, die ist standardmäßig in JavaScript definiert. Und das machen wir in beiden Funktionen wunderbar, beziehungsweise in beiden Event-Situationen. Und das Nächste, was wir machen, wir rufen hier eine Funktion auf, in beiden, und zwar hier setCurrentPassword und hier übergeben wir unser Event. Aber dieses Event, was wir hier übergeben, müssen wir gleich noch ein bisschen, ja, verfeinern, sage ich mal, weil unser setCurrentPassword, diese Funktion existiert gerade noch nicht. Aber was macht unser setCurrentPassword? Das erwartet eigentlich nur eine Config, also unsere Config, die wir standardmäßig hier unten ja schon definiert haben. Das kopieren wir uns nämlich jetzt einmal hier raus, fügen das hier ein und statt dem, was hier drin steht, wollen wir eigentlich, dass das jetzt hier quasi, ich kopiere mir das mal, zack, so, standardmäßig einfach nur unsere Config übergibt. Wenn man jetzt aber das hier mal zur Seite lässt und überlegt, okay, unser Event, was wir hier haben, das hat nicht sonderlich viel damit zu tun, was später unser Config-Element ist. Und wenn ich das Ganze jetzt mal abspeichere und wir jetzt hier die Konsole auslesen und ich verändere unser Formular, kriegen wir hier unser Event und das hat alles andere als, oder es sieht überhaupt nicht so aus, wie das, was hier drin steht. Und dafür müssen wir uns erstmal eine Funktion bauen, die uns quasi aus unserem Formular einfach, ja, das Config-Element rausrendert. Und diese Funktion heißt getFormValues, die müssen wir jetzt erstmal definieren und die erwartet ein Event. Und die gibt uns etwas zurück, nämlich in unserem Fall erstmal nur ein leeres Objekt und ich nehme jetzt diese Funktion und schreibe die jetzt hier einfach rein, sodass hier unser Event an unsere getFormValues übergeben wird und das wiederum übergibt uns dann eine Config, ein JSON-Config-Element, was wir an unsere SetQuorrentPassword und anschließend halt an Morpheus-Class übergeben. Das ist die Gesamtlogik, aber wie bekommen wir jetzt aus unserem Event quasi diese Config-Datei? Und das ist nicht so einfach, aber auch nicht sonderlich schwer. Und zwar als erstes definieren wir uns ein Control-Values-Element, das ist standardmäßig leer und das ist das, was wir später auch einfach in dieser Funktion returnen. Und hier drin müssen wir jetzt etwas machen und zwar sagen wir jetzt Object.keys. Das heißt, wir gehen in unserem Event, in unserem CurrentTarget durch alle Elemente, die sich dort befinden, durch und sagen hier ForEach, also für jeden Key, also für jedes einzelne Input-Element, was dort drin liegt, wollen wir jetzt quasi da durchgehen. Als erstes müssen wir dazu das Element einmal kurz definieren und zwar sagen wir in unserem CurrentTarget, also in unserem Formular, such dir bitte mal eben den Key, das in unserem Objekt vorhanden ist und wenn wir das jetzt hier einfach mal auslesen lassen, sage ich mal Element, so, speichere das Ganze ab, ich verändere hier etwas, dann seht ihr, dass wir uns jetzt alle Input-Felder zurückbekommen, die in unserem Element drin sind. Was heißt, wir kriegen hier einmal Input Letters, Numbers, Special Characters, Locked Special Characters und die Länge. Das ist schon mal wunderbar, das ist genau das, das wir haben wollen, allerdings brauchen wir später ja sowas wie True-False-Values und solche Geschichten und dafür machen wir jetzt hier eine kleine Abfrage, nämlich if Element.type gleich, 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 in unserem Fall Checkbox, also wenn unser Element eine Checkbox ist, dann macht doch bitte unser Control-Values von unserem Element.name zu Element.checked und in dem Moment ist, wenn wir hier unten mal unser Console.log Control-Values loggen, und das Ganze jetzt mal abspeichern, dann lädt sich das alles neu. Ich drücke hier einmal drauf und dann sehen wir, kriegen wir hier wunderbar zurück Letters, Locked Special Characters, Numbers, Special Characters und so weiter und der Vorteil ist dadurch, dass wir das hier über eine Funktion regeln, der das komplett egal ist, wie viele Elemente es gibt, könnte man jetzt hier auch ohne Probleme noch 20 dieser Elemente oder Formulareingabefelder erweitern. Es würde sich dann, ja, einfach nur eine längere Liste bilden. Allerdings fehlt hier noch unsere Länge und das müssen wir jetzt auch definieren. Dafür kopieren wir uns einmal diesen Bereich und sagen hier Element.type und dann sagen wir Range, weil das Problem ist, Range greift nicht auf das Check zu, sondern auf Value und das Problem ist, dass das jetzt als String zurückkommen würde. Deswegen machen wir hier vor so ein kleines Plus, sodass das ganze Element einfach, ja, zu einer Zahl wird, zu einer Number. Das müssen wir uns jetzt nicht kopieren, sondern wir sagen jetzt hier Length Container und sagen hier Inner HTML und kopieren uns aber dieses hier am Ende, schreiben das einmal hier rein, das hier unten können wir jetzt einmal rauslöschen, speichern das Ganze ab und in dem Moment, wenn ich jetzt hier den Range Slider verändere, triggere ich hier ein Change Element im Formular und in dem Moment, habt ihr hier gesehen, ändert sich die Zahl. Was heißt, wir passen jetzt mit jedem Change Element des Sliders quasi einfach auch hier diese Zahl an, das machen wir über diese Zeile und wie ihr seht, generieren wir auch hier die ganze Zeit neue Passwörter. Jedes Mal, wenn ich hier drauf drücke, haben wir ein neues Passwort generiert, das funktioniert also auch schon wunderbar und damit können wir diesen Bereich jetzt hier rauslöschen und haben theoretisch jetzt einen Passwort-Generator gebaut, aber der ist natürlich zugegebenermaßen ganz schön hässlich, weil man sieht das nur in der Konsole und das ist ja nicht wirklich unser Ziel. So und zwar haben wir hier unten, starten wir unser Current Passwort und immer wenn wir das quasi neu zugewiesen haben, wollen wir jetzt dafür sorgen, dass das Ganze auch animiert und angezeigt wird. Dafür mache ich jetzt eine neue Funktion und diese heißt Animate Password. Muss natürlich auch richtig schreiben können. Ups, so. Aber die existiert ja noch nicht und dafür müssen wir jetzt erstmal hier eine neue Funktion starten. Das habe ich aus der Falsch kopiert und zwar Animated Password. Darin passiert jetzt erstmal noch nicht wirklich viel, außer dass das ein leeres Feld ist. Und das Erste, was wir hier drin machen, wir nehmen unseren Passwort Container, in dem wir ja hier einen Diffbox definiert haben mit der ID Password. Das Ganze haben wir ja hier oben als Passwort Container gespeichert und sagen als erstes, hey, mit in HTML gleich leer, mach das Ganze einfach einmal leer, damit wir da nichts drinstehen haben, was in irgendeiner Form uns stören könnte. Das Nächste, was wir brauchen, ist, wir erzeugen einen Password Elements Container und das machen wir mit Document Punkt und dann Create Element, aber hier kein Input, sondern ein Diff Element und jetzt sagen wir hier, okay, unser Password Elements, Element, was wir erstellt haben, sagen wir Set Attribute und in unserem Fall Set Attribute Class und die Klasse, die wir hier vergeben, ist Share Actors, weil das sind ja quasi einfache Share Actors, die wir erstellen wollen und in dem Moment, wenn wir das erzeugt haben, könnten wir jetzt einfach schon mal hingehen und unser Password Elements unserem Passwort Container hinzufügen und das machen wir hier über Password Container Punkt Append Child und dann übergeben wir einfach unser neu generiertes Objekt und in dem Moment, wenn ich jetzt hier drin bin und hier das Ganze mal ein bisschen besser sichtbar mache, müssten wir jetzt hier in unserem Wrapper, in unserem Passwort Element, speichern wir mal ab, und erzeuge hier ein Element und in dem Moment haben wir hier einen Charakter-Diffbox erzeugt, die ist natürlich aktuell noch klein, die hat keine Größe und keine Weite, nichts, das ist uns aber auch erstmal relativ egal, weil wir wollen das Styling später machen, wir wollen erstmal alles korrekt definieren. Allerdings, um diesen Effekt zu erzeugen, den wir hier haben, ist jedes einzelne Zeichen hier drin in einem eigenen kleinen Diff-Container und das müssen wir natürlich jetzt auch erzeugen und dafür sagen wir jetzt unser Current Passwort, was wir haben, forEach und hier drin haben wir jetzt einmal einen Charakter und einen Index-Value, das heißt, wir haben natürlich auch einen Index, der sich hochzählt bei einer forEach-Loop und da gehen wir jetzt durch und erstellen uns jedes Mal einen Charakter-Element und das ist genau wie hier oben einfach nur eine Diff-Box, das heißt, wir haben auch hier überall ein Charakter-Element, wo wir jetzt mit Append-Child jede Menge Sachen dranhängen, und zwar einmal die Klasse einfach Charakter, außerdem wollen wir neben Charakter noch ein weiteres Attribut hinzufügen, sogar noch ein weiteres Attribut und zwar einmal eine ID, das sollte man immer machen, damit man einfach das später eindeutig zuweisen kann, in unserem Fall sage ich Charakter minus und dann haben wir hier das falsche benutzt und zwar brauchen wir hier Template-Strings, damit wir hier mit dieser Auszeichnung hier drin JavaScript schreiben können und sagen hier, wir wollen einen Index hinzufügen, sodass jedes einzelne Element eine eigene Index-Definition bekommt und hier unten sagen wir SetAttribute nicht Klasse, weil das haben wir schon, sondern Data minus Charakter, sodass wir ein Data-Element hinzufügen und in unserem Element, beziehungsweise in unserem Fall, einfach das Charakter-Element und das hat den Hintergrund, dass wir hierüber später das korrekte Charakter-Element am Ende unserer Animation, was heißt, jetzt hier sind ja ganz viele Werte drin und am Ende sollte natürlich der richtige Wert hier drin stehen und das definieren oder erhalten wir später über unser Data-Charakter-Element und das Ganze können wir jetzt abspeichern und hier unser Passwort-Element, was wir hier oben definiert haben, da gehen wir jetzt hin und sagen, okay, unser Passwort-Element, da wollen wir jetzt einfach unser Charakter-Element einfügen und in dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere und das neu geladen ist und ich das einmal generiere, dann müsste jetzt hier in unserem Wrapper ein Passwort sein und hier ein Charakter-Element und hier seht ihr, dass wir ganz viele einzelne Elemente generiert haben für unsere einzelne Elemente, was heißt, jedes unserer einzelnen Buchstaben aus unserem Passwort hat jetzt seine eigene kleine Div-Box und kann sich dort austoben. Natürlich haben wir jetzt noch ein bisschen mehr und zwar haben wir hier noch diese ganze Funktionalität mit diesem Passwort-Punkt kopiert und das müssen wir natürlich auch irgendwie erzeugen. Hierzu brauchen wir natürlich, wer hätte es gedacht, auch wieder eine Div-Box, die nennen wir Copied, auch wieder Document.CreateDiv und unser Copied bekommt jetzt natürlich auch einige Werte, nämlich drei Stück und zwar als erstes sagen wir hier inner HTML und definieren uns hier einfach kopieren, da könnt ihr natürlich reinschreiben, was ihr wollt, dass es einfach nur der Text, der drinstehen wird und wir brauchen natürlich auch hier ein Set-Attribute und nochmal Set-Attribute und einmal Class und hier sagen wir Copied und einmal eine ID mit Copied, sodass wir das später mit CSS auch wunderbar stylen können und wer hätte es gedacht, das Ganze muss natürlich auch an unseren Passwort-Container eingefügt werden, das heißt, wir sagen hier Passwort-Container Append Child Copied, sodass wir das auch einfach hinzufügen können. In dem Moment, wenn wir das jetzt speichern und das hier einfach mal ausführen lassen, dann sehen wir, okay, hier hat das Ganze jetzt funktioniert, wir haben jetzt hier auch Kopieren drin, allerdings sehen wir hier noch nichts, außer, dass es hier oben ganz klein drin steht, deswegen gehen wir jetzt kurz in unser Main-Element beziehungsweise Main.sas und müssen jetzt einmal kurz in unserem Passwort oder unser Passwort definieren und dann Copied hinzufügen. Und hier scrollen wir jetzt erstmal nach oben, sodass wir hier wieder über Controls sind und sagen hier Password, unser Password bekommt eine Weite, nämlich 100%, eine Höhe von 100%, ein Display, in unserem Fall auch Flex und hier sage ich Flex Direction, Column, was heißt, das soll auch alles untereinander, außerdem Justify Content Center und Align Item Center, damit unser kompletter Inhalt immer zentriert in unserer Passwortbox ist und wir sagen hier Font Size in unserem Fall, keine Ahnung, was ist unsere Font Size beziehungsweise brauchen wir noch gar nicht hier, brauchen wir erst in der nächsten, sondern hier sagen wir Cursor und dann hier Copy, damit das später auch der Trigger oder der Event Trigger ist und hier können wir jetzt unser Copied ein bisschen stylen und hier brauchen wir jetzt nämlich Text Align Center, außerdem wollen wir hier Color definieren, in unserem Fall soll unser Copy Text Weiß sein, wir wollen eine Font Size definieren, in unserem Fall 1.6 Rem und wir wollen ein Margin, also ein Abstand, das war falsch, Margin, ein Abstand nach oben von 5 Rem und wir wollen einen Cursor mit Pointer. So, das Ganze speichern wir jetzt mal ab, in dem Moment ist unser Kopieren hier in der Mitte relativ groß, allerdings, warum ist das noch nicht sichtbar, weil wenn wir das hier draufklicken, das noch nicht erzeugt wurde, jetzt ist es sichtbar, jetzt haben wir hier Kopieren drin und jetzt können wir nämlich etwas anderes noch stylen, wenn wir nämlich auf Kopieren gedrückt haben, sagen wir jetzt und und hier drin Kopiert dann und in dem Moment sagen wir jetzt Animation und in unserem Fall sage ich hier Copy Kopiert Minus dann 500 Millisekunden Forwards das heißt, die Animation soll stehen bleiben, allerdings haben wir noch keine solche Animation und das sollten wir jetzt natürlich einmal hinzufügen, dafür scrolle ich ganz nach unten in der Datei und sage hier einmal Add Keyframes in unserem Fall Copy Done und hier sagen wir einfach bei 0% soll das Ganze White sein, bei 50% sage ich, das Ganze soll unsere Prime Farbe bekommen und jetzt kopieren wir uns das hier einmal, so, einmal kopieren und sage hier bei 100% soll es wieder Weiß sein, weil in dem Moment haben wir quasi unsere Copy Animation wenn ich hier drauf klicke bzw. wenn wir es wieder generieren wenn ich hier drauf klicke dann soll sich das Ganze animieren dafür haben wir hier aber noch gar keine Logik integriert und das kommt jetzt was heißt wir bauen uns eine Funktion das aktuelle Passwort zu unserem Clipboard hinzuzufügen und dafür müssen wir als erstes anfangen indem wir unseren Passwort Container nehmen und auch hier einen Event Listen hinzufügen nämlich Add Event Listener bei einem Klick auf unsere Passwortbox haben wir ja ein Event auch wenn wir hier gar kein Event brauchen glaube ich müssen wir jetzt hier etwas aufrufen in unserem Fall sagen wir einfach okay wenn man hier drauf drückt ja brauchen wir nicht können wir direkt hier hinschreiben und zwar sagen wir Copy to Clipboard so und diese Funktion Copy to Clipboard müssen wir jetzt natürlich noch erstellen und zwar erwartet die keine Parameter von uns sondern soll einfach getriggert werden und das erste was wir hier machen wir sagen okay erstmal kontrolliere ist unser Clipboard State also wurde es schon zu unserem Clipboard hinzugefügt oder nicht wenn das nicht der Fall ist also Clipboard State False ist dann setze den mal bitte auf True weil in dem Moment wenn das ausgeführt wurde wurde das ja automatisch getriggert und das nächste was wir brauchen ist wir greifen auf unseren browserbasierten Navigator zu sagen hier Clipboard was heißt wir wollen unser Clipboard ansprechen und sagen hier Write Text und hier Current Password Join was heißt wir machen jetzt aus unserem Password Array ein String fügen den mit nichts zusammen und sobald das passiert ist was heißt sobald unser Clipboard erfolgreich unsere Werte entgegengenommen hat in dem Moment wollen wir das Ganze mit Copied hinzufügen beziehungsweise erstellen eigentlich könnten wir das dann auch besser hier so reinschreiben dass erst wenn das wirklich erfolgreich wäre unser Clipboard State auf True gesetzt wird beziehungsweise damit steuern wir unsere Animation so ist richtig passt und zwar müssen wir jetzt als erstes einmal kurz unseren Clipboard also unseren Button hier suchen der bekommt von uns hier oben ja eine ID nämlich Copied darauf können wir jetzt zugreifen mit Document.Query Selector und sagen hier okay mit der ID Copied und unseren Call to Action unseren CTA wollen wir jetzt gerne einmal animieren dafür sagen wir Classlist Add und fügen uns eine Klasse hinzu nämlich Copied Minus Done und auf dieser Klasse haben wir in unserer Main.sas wenn wir hier ein bisschen hoch scrollen wo ist es hier eine Animation gelegt die hinzugefügt wird in dem Moment wenn die Klasse Copied dann erstellt wurde das fügen wir jetzt hier hinzu damit wird quasi unsere Animation gestartet außerdem sagen wir unser CTA kriegt ein InnerHTML in unserem Fall Passwort kopiert natürlich ist unsere Animation in dem Moment wird das hier einmal blau und dann wieder weiß das wollen wir einmal zurücksetzen beziehungsweise wir wollen in dem Moment wenn die Animation abgeschlossen ist unseren Button also unsere Klasse hier wieder entfernen so dass wir immer wieder drauf drücken können und es immer wieder die Farbe verändert und hierfür sagen wir Set Timeout das werden wir oder diese Vorgehensweise werden wir im Laufe dieses Tutorials jetzt noch mehrfach verwenden wir warten nämlich jetzt 500 Millisekunden also genau die Zeit die unsere Animation in CSS braucht und sagen okay nach 500 Millisekunden nachdem unsere Animation fertig ist remove bitte einfach die Copied Class und wir nehmen unseren Clipboard State und setzen den wieder auf False so dass wir den erneut drücken können in dem Moment wenn ich das jetzt abspeichere und ich hier jetzt einmal das Ganze neu generiere und hier drauf drücke seht ihr das Ganze hat sich verändert und ich habe jetzt hier wenn ich STRG V drücke das Passwort auch in meinem Clipboard so dass diese Funktionalität komplett abgedeckt ist und hier wunderbar funktioniert so als letzten Schritt müssen wir jetzt natürlich noch unser Passwort einblenden und animieren und um das als erstes mal einzublenden fügen wir jetzt in unserem Passwort hier oben haben wir ja die Funktion wo ist es hier wo wir das Passwort gerade setzen die Set Quirin Passwort Funktion rufen wir quasi einmal standardmäßig auf und zwar standardmäßig einfach mit unseren Presets die wir ja am Anfang definiert haben so dass man sagt okay wenn das Skript sich als erstes lädt dann sag bitte oder generiere immer sofort das Passwort das ist jetzt auch schon soweit generiert also hier befinden sich jetzt im Nichts quasi diese ganzen kleinen Elemente und die müssen wir jetzt einmal noch stylen was ich ja vorhin schon gesagt habe dass das noch kommen wird und dass das noch eine ganze Menge ist was da jetzt definiert werden muss und zwar definieren wir jetzt einmal hier drin neben copied unsere Characters die haben wir ja gerade generiert über JavaScript wenn wir hier reingehen und ein bisschen hochscrollen sehen wir hier wir haben unsere Diffbox mit der Klasse Characters definiert die wollen wir jetzt stylen und zwar sagen wir nach also 100% weiter in alle Richtungen 10% Padding also Innenabstand und wir wollen dass alles darin genau zentriert ist und alles in einer Zeile ist und die einzelnen Buchstaben umbrechen in der Zeile sobald die nicht mehr weiter nebeneinander passen wenn wir das Ganze jetzt abspeichern passiert aber erstmal nicht wirklich was sondern wir müssen jetzt hier drin noch unsere einzelnen Characters stylen und die bekommen als erstes einfach mal eine Hintergrund also eine Farbe und eine Größe und zwar von Size 3 Rem und Color White wenn wir das jetzt machen müssten wir jetzt theoretisch hier drin eigentlich jede Menge Buchstaben sehen warum sehen wir hier drin keine Buchstaben ah natürlich wir haben die natürlich noch nirgendwo hinzugefügt also in unseren einzelnen Letters ist ja noch gar nichts drin das können wir mal eben vorübergehend machen das müssen wir nur später wieder entfernen weil hier unser inner HTML bekommt hier ein Character aber das müssen wir später wieder entfernen weil wir das hier permanent animieren in dem Moment haben wir jetzt die einzelnen Boxen erzeugt ist für das Styling jetzt gerade mal deutlich angenehmer außerdem bekommt jedes dieser einzelnen Character Elemente eine Höhe und eine Weite außerdem sagen wir auch hier wieder dass die einzelnen Buchstaben darin perfekt zentriert sein sollen was heißt wir arbeiten mit Flexbox speichern das alles in einer Zeile Justify Content und Align Items auf Center in dem Moment wenn wir das speichern verändert sich das ein bisschen weil das alles jetzt genau zentriert gerückt ist wir wollen auch hier einfach jetzt definieren okay wir haben eine Hintergrundfarbe das ist unsere etwas hellere Hintergrundfarbe und wir haben natürlich Border Radius ein Rem damit das Ganze so ein bisschen rund wird und natürlich ein bisschen Abstand und Animation das Ganze füge ich jetzt auch hinzu und zwar haben wir einmal Padding ein Rem in Abstand und dann immer ein Rem nach oben ein Rem nach links ein Rem nach unten ein Rem nach rechts das Ganze speichern wir jetzt ab und jetzt haben wir hier schon ein bisschen mehr also ein bisschen mehr sieht das jetzt so aus wie das was wir auch in unserem Beispiel haben nur dass wir hier noch keine Animation haben und wir haben auch noch keine States hinzugefügt und grundsätzlich wird das jetzt der in Klammern schwerste Part dieses Tutorials und zwar haben wir hier unsere einzelnen Buchstaben haben mehrere verschiedene States einmal den States Show dann Done dann Done ist auch geil und hier haben wir noch Animate und zwar Animate bekommt ein Filter dieser Filter heißt Blur und hat das Attribut 3 Pixel das heißt sobald dieser Charakter die Klasse Animate bekommt ist das alles so ein bisschen verblurrt und das seht ihr hier wenn ich das Ganze animiere seht ihr dass das so ein bisschen blurry ist und das ist quasi das was wir hier zu tun haben außerdem sagen wir hier Color White was heißt in dem Moment wenn das die Klasse Animate hat soll die Hintergrundfarbe wie auch hier standardmäßig weiß sein als nächstes wenn wir Show haben dann wollen wir hier eine Animation Animation triggern wie wir das hier unten auch schon getan haben und zwar nennen wir das Show Letters die geht 200 Millisekunden und endet auf Forwards was heißt wenn die einmal durchgelaufen ist dann soll die so bleiben und nicht wieder zurückgehen oder seine Attribute einfach vernichten nachdem die durchgelaufen ist und wir haben hier Done und wenn das Done ist dann sagen wir okay die Farbe ist Second und die Hintergrundfarbe also Background Color wird Prime was heißt es wird dieser Blauton wie auch hier sobald die Animation abgeschlossen ist jetzt müssen wir uns natürlich überlegen okay wie zum Teufel kriegen wir jetzt diese States auf unsere einzelnen Elemente mit dieser schönen Animation dass diese hochzählen und sowas als erstes sollten wir hierzu die Animation einmal kurz definieren und zwar kopieren wir uns einfach mal kurz den Namen scrollen nach unten und zwar haben wir hier unsere Keyframe Animation sagen wir jetzt nochmal Keyframes Show Letters und bei 0% sagen wir hier einfach Transform Translate sagen auf der Y-Achse 0 und 15 auf der X-Achse also 15 Rem und wir sagen Opacity also Deckkraft 0 das Ganze kopieren wir uns jetzt einmal fügen das hier unten ein und sagen wenn das auf 100% ist soll es 100% sichtbar sein und es soll direkt da sein wo es sein soll und in dem Moment verändert sich hier absolut gar nichts weil wir unsere Klasse ja noch gar nicht vergeben aber das ist der ganze CSS Part zu unserer Animation und jetzt kommt der ganze JavaScript Part dazu so und zwar brauchen wir jetzt hier in unserer Animate Passwort Funktion setzen wir hier oben ja den Character den entfernen wir jetzt einmal grundsätzlich und wenn ich das Ganze jetzt abspeiche haben wir hier leere Values weil diesen Character werden wir später mit einer weiteren Funktion hinzufügen und die fügen wir jetzt hier unten ein und zwar sagen wir jetzt hier eine Variable die heißt einfach Character Container Containers so und da sagen wir Document Punkt Query Selector aber jetzt nicht Query Selector sondern Query Selector All das heißt wir wollen ein Array von allen Elementen die die Klasse Character besitzen das heißt jeder einzelne Buchstabe den wir erzeugt haben soll jetzt hier in diesem Array gespeichert werden und hier sagen wir jetzt für also for each also für jede jeden Character den wir erstellt haben in dem Moment wollen wir das Ganze starten und zwar Animate Character so und hier übergeben wir dann natürlich unseren Character den wir auch animieren wollen das hier sollten wir natürlich auch richtig schreiben so Animate Character und diese Funktion müssen wir uns jetzt erstellen und hierzu mache ich mir hier mal ein bisschen Platz so und zwar haben wir jetzt hier unsere Animate Character Funktion und als erstes testen wir mal ob alles korrekt funktioniert und loggen uns hier einfach mal Element speichern das Ganze ab öffnen uns hier mal kurz die Konsole gehen auf die Konsole und kriegen jetzt hier die ganzen Diff Container was heißt das sieht schon mal richtig aus und das erste was wir jetzt machen ist in dem Moment wenn unsere Find also unsere Animate Character Funktion getriggert wird starten wir uns ein ups was ist jetzt starten wir einen Timeout und dieser Timeout hat eine ganz einfache Funktion und zwar möchten wir dass jeder einzelne Element wie auch hier bei Passwort wenn wir das anzeigen ja unterschiedlich animiert wird und in einer unterschiedlichen Zeit nicht unterschiedlich animiert sondern in unterschiedlichen Zeit animiert wird und dafür brauchen wir jetzt diese Funktion die wir definiert haben mit get random number und hier sagen wir einen Wert zwischen 0 und 150 Millisekunden wollen wir einen Timeout erzeugen und irgendwann dazwischen soll das Element dann quasi passieren beziehungsweise einfach getriggert werden und das erste was wir hier machen wir fügen jetzt wie auch bei unserer Clickbox Animation eine Klasse unserem Element hinzu und in unserem Fall heißt die Klasse Show und was macht das in dem Moment wenn die Klasse Show hinzugefügt wird haben wir hier oben hier einen State definiert beziehungsweise drei States und einer davon ist Show der diese Animation Triggert wenn ich das Ganze jetzt also speicher sollten in dem Moment die einzelnen Elemente so nach oben fliegen jedes Mal wenn quasi die Animation in irgendeiner Form getriggert wird fliegen die so nacheinander nach oben und ihr seht dass die nie gleich sind also die sind immer unterschiedlich mit ein bisschen Differenz ihr könnt mit diesem Wert natürlich auch sagen hey wir wollen das auf 700 Millisekunden setzen dann wird die ganze Animation noch deutlich komplexer wie ihr seht dann dauert die einfach länger ich persönlich bin mehr so ein Fan wenn das einfach schnell passiert deswegen 150 das Ganze kopieren wir uns jetzt einmal und fügen das hier drin nochmal ein allerdings brauchen wir hier nicht nochmal die Klasse hinzuzufügen und der Grund dafür ist dass in dem Moment wenn die Zahl nach oben geht wollen wir ja diesen kleinen Ticker machen dass quasi die einzelnen Buchstaben wenn ich hier drauf drücke sich so bewegen und nie gleich sind und dafür brauchen wir jetzt ebenfalls einen Timeout weil das auch nicht immer gleich passieren soll sondern auch mit einem Intervall also mit einem Zufall von 150 Millisekunden oder 0 und hier drin sagen wir jetzt okay unser Element als erstes was wir hier machen wir fügen die Klasse hinzu animate das heißt wir sagen wenn das Ganze animiert wird macht das Ganze blurry macht die Farbe weiß sodass wir hier drin wunderbar damit arbeiten können und wir definieren uns hier jetzt einen Ticker was heißt wir sagen Kunst und dann Max Ticker und jeder einzelne Buchstabe hat unterschiedlich viele Ticks bis es den richtigen Wert erreicht wenn ich hier zum Beispiel drauf drücke enden ja manche vor anderen und sind dann quasi schon eingeloggt und das Ganze machen wir über Max Ticker und sagen dafür eine Random Nummer die wir uns auch generieren und in unserem Fall sage ich jetzt einfach irgendwie 15 ihr könnt das natürlich auch viel viel länger machen allerdings haltet immer im Hinterkopf dass das Ganze dann auch echt lange dauert und theoretisch auch alle dieser Values so lange sein könnten und dann dauert das ganz schön bis das komplett durch ist als nächstes sagen wir okay wir haben einen aktuellen Ticker der ist 0 und jetzt definieren wir uns hier eine Variable namens LetterAnimation und das ist einfach ein SetInterval nicht Time SetInterval genau und dieser Intervall dauert ja immer unterschiedlich in unserem Fall sage ich 50 Millisekunden was heißt alle 50 Millisekunden ändert sich ein so ein Buchstabe auch diesen Wert könnt ihr natürlich beliebig verändern wenn ihr Lust dazu habt und könnt dann halt immer gucken ob das jetzt eurem Style noch entspricht oder ob ihr da lieber ein bisschen kürzer seid wie gesagt persönlich bin ich immer von ein bisschen schneller als zu langsam als erstes was wir hier machen ist wir sagen Element Punkt inner HTML und erzeugen uns jetzt hier mit unserer GetRandomCharacter Funktion einfach einen zufälligen Wert und in dem Moment wenn ich das Ganze jetzt abspeichere sollten wir theoretisch hier schon jede Menge Werte sehen aber ihr seht dass das nicht endet die Werte werden einfach jetzt permanent generiert sieht ein bisschen aus wie so ein Matrix oder so ein Flugboard am Flugplatz oder so etwas um das Ganze zu beenden brauchen wir jetzt eine Bedingung in unserem Fall sagen wir wenn Ticker gleich 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 Max Ticker ist dann soll das Ganze beendet werden in unserem Fall sagen wir dazu einfach LetterAnimation Punkt beziehungsweise das war falsch sondern wir müssen sagen Clear Intervall und hier LetterAnimation was heißt unser Intervall soll gecleared werden und wir müssen jetzt natürlich dafür noch sorgen dass immer wenn unser Intervall einmal durchgelaufen ist unser Ticker einfach einen hochzählt und in dem Moment wenn wir das jetzt speichern sollte theoretisch irgendwann das alles wunderbar enden wie ihr seht das tut es auch wunderbar und wenn ihr hier natürlich jetzt Max Ticker sowas eingibt wie 50 dann dauert das einfach deutlich länger bis einzelne Werte eingerückt sind wie ihr gesehen habt damit könnt ihr natürlich dann einfach rumspielen so viel ihr wollt so das erste was wir jetzt nämlich machen müssen in dem Moment wenn die Animation abgeschlossen ist removen wir die Klasse Animate und fügen eine neue Klasse hinzu unser neuer State nämlich und der ist Done und der Done State definiert einfach dass die Farbe schwarz wird und die Hintergrundfarbe unser Prime wird und in dem Moment wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und wir das nochmal angucken wie sich das hier wunderbar animiert seht ihr das schon mal die ganzen Sachen reinrücken allerdings sehen wir hier dass es einfach wirklich keine ja nicht die richtigen Werte sind was heißt wenn ich jetzt hier drauf drücke und das Passwort kopiert habe und das hier einfüge sehen wir wir haben da Sonderzeichen drin die sind hier aber nicht zu sehen und das liegt daran dass wir ja per Zufall uns einfach nur ein Buchstabe oder eine Zahl oder sowas generieren und wir hier oben ja ein Data Attribut nämlich Directors vergeben haben mit dem richtigen Wert und den müssen wir jetzt noch da wieder eintragen was heißt wir sagen hier unser Element HTML sobald unser Intervall gekleert wurde sollen wir hier mit Element und dann nicht in HTML sondern Dataset auf unser Traitor Objekt zugreifen und in dem Moment wenn ich das jetzt abspeichere sollte das letzte Wert also der letzte Wert der drin steht der hier zum Beispiel eine 1 ist sollte dann auch das sein was hier in unserem Passwort drin steht in unserem Fall ist der erste Wert eine 1 ist es hier auch das letzte ist eine H ist es hier unten auch funktioniert also wunderbar das Ganze kann ich also mal rauslöschen in dem Moment speichere ich das Ganze ab und wenn wir jetzt hier drauf drücken wird das jedes Mal neu animiert und wir haben eine wunderbare Animation die fertig ist die genau das tut was sie soll und ja viel damit rumgespielt und viel damit verändert werden kann so wie ihr das für richtig haltet so das war es schon wieder für diese Woche wenn euch das Video gefallen hat vergesst nicht einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video zu lassen ansonsten wenn ihr Fragen Probleme Kritik habt wie immer ganz oben in der Videobeschreibung jede Menge Links zu Twitter Facebook Instagram Discord und stellt mir einfach dort Fragen sagt Hallo ansonsten wenn ihr so schnell supporten wollt findet ihr dort auch jede Menge Links zu Amazon Affiliates zu anderen coolen Programmen die ich verlinkt habe und da könnt ihr diese Schellen supporten ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder bis dahin viel Spaß und Ciao Bis zum nächsten Mal